Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Video. In diesem Video wollen wir Ihnen die Big Boy Maschine zeigen in Großflächen Exzenter Schleifer. Einmal die kleine Version, einmal die große Version. Heute dabei mein Kollege Oliver Griemert von Klöpfer so Faces. Und weil man die Maschine auch einfach mal im Einsatz sehen muss, deswegen haben wir uns gedacht, machen wir uns einfach mal die Arbeit für ein Video. Olli, du erklärst uns das Ganze. Leg mal einfach mal los. Warum? Was sind denn da die Vorteile von dem Exzenter Schleifer? Ja, also im Prinzip haben wir hier das gleiche System. Wir haben hier einen Exzenter Schleifer, auch wenn man es im ersten Moment nicht sieht. Aber es ist wirklich ein Exzenter Schleifer. Einmal eben den kleineren, der hat jetzt zum Beispiel 18 Kilo und der größte hier drüben, der hat 22 Kilo. Wir haben hier ungefähr eine Schleiffläche von A4 und hier die größere Schleife, also die doppelte Schleiffläche. Das heißt, gerade wenn man es mit einem 150er Schleifteller vergleicht, haben wir hier die vierfache Schleiffläche und hier die achtfache Schleiffläche. Das Ziel soll sein, dass der Verarbeiter, der Handwerker deutlich schneller ist. Wir werden das später auch mal zeigen in Action, wie die Maschine läuft und dadurch haben wir halt wirklich Vorteile, was die Zeit angeht und auch das Schlüffbild angeht. Also die kann mit einem 150er Exzenter wirklich konkurrieren. Bei heiklen Oberflächen, wie zum Beispiel unser Mineralwerkstoff HiMax haben wir sogar keine Schleifkriegel mehr drauf. Dazu, denke ich mal, kommen wir später aber nochmal, wenn man die Maschinen mal zeigen kann. Du hast ja einige Platten mitgebracht, von der Treppenstufenplatte bis hin zur LG HiMax Platte. Was kann ich denn alles mit dem Big Boy im Prinzip schleifen? Also wir haben die Maschine eigentlich mit ins Programm aufgenommen. Wir von Surfaces als Distributeur für HiMax, Mineralwerkstoff, haben die auch mit aufgenommen, weil wir natürlich davon überzeugt werden für unsere Oberflächen. Aber im Laufe der letzten Woche und Monate in der Vorstellung bei den Kunden haben wir festgestellt, dass es eigentlich nahezu auf allen Flächen verswenden kann. Also ich kann Mineralwerkstoff schleifen, ich kann eine Massivholzplatte damit schleifen, ich kann Furnier schleifen, ich kann Fußbote damit abschleifen. Wir haben Zimmer, Leute, die nur Biken damit schleifen, die halt vorher mit einem 150er Rotex gearbeitet haben und jetzt sagen, boah, eine tolle Fläche, fahre ich drüber, bin ich deutlich schneller. Also wirklich nahezu für alles, was in der Schreinerei anfällt. Zwischenschliff beim Lackieren zum Beispiel ist auch möglich. Ein Kunde schleift Türen damit ab. Also man muss sich fast selber ein Bild davon machen, wo man sie überall einsetzen kann. Ich glaube, wir können selber noch nicht umreißen, für was alles. Also wir haben ein riesen Einsatzgebiet für diese Maschine. Jetzt ist die relativ schwer, aber du sagst, dass sie tatsächlich bei der Anwendung relativ leicht ist, oder? Genau. Also diese Maschine mit 18 Kilo oder auch mit 22 Kilo, also das Schwerste ist wirklich, die Maschine auf die Fläche zu setzen. Alles andere ist dann wirklich, ich sag mal, ein Kinderspiel, weil die Maschine läuft so ruhig, dass sie die mit einer Hand führen kann und somit die kompletten Flächen schleifen kann. Ich muss keinen Druck ausüben, sondern durch das Eigengewicht, eben 18-22 Kilo, habe ich wirklich ein sauberes Schleifbild und auch ein top Ergebnis danach. Super. Dann legen wir einfach mal los. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit der LG Himex-Platte mal an und gehen einfach mal durch. Genau. So, bevor wir mit der LG Himex-Platte loslegen, jetzt hast du auch ganz bewusst eine schwarze Platte mitgebracht, gehen wir dann noch mal ganz kurz aufs Gerät selber. Was sieht man denn da oder was ist denn da alles notwendig? Also die Maschine ist von der Zusammensetzung, von der Bedienung wirklich sehr, sehr einfach. Wir haben eigentlich nur einen Ausschalter. Das heißt, ich kann hier keine Drehzahl regulieren. Die Maschine arbeitet mit 2800 Umdrehungen. Das Einzige, was irgendwann mal getauscht werden könnte, müsste, ist unter anderem unten die Klettplatte zum Beispiel. Das kann sein, wenn die mal verschlissen ist, wenn die mal kaputt ist, kann man die wechseln, die kann man abschrauben, kann man einschicken, kriegt eine neue, also relativ problemlos. Ansonsten gibt es hier nicht viel. Wir haben hier noch eine Sicherung drin, das heißt, wenn man das Gerät nicht anspringt, weil irgendwo die Stromversorgung nicht gepasst hat, einmal draufdrücken, meistens läuft sie dann automatisch eben auch an. Wie ist es mit dem Schleifpapier? Schleifpapier, natürlich, bieten wir auch mit an. Das sind jetzt hier, ich habe diese verschiedene Körnungen vorbereitet. Wir fangen gleich an, bzw. wenn man die Maschine jetzt umdreht, dann sieht man hier hinten drauf zum Beispiel ganz gut, wie sie ausgeliefert wird. Das heißt, wir haben hier eine sogenannte Staubscheibe drauf. Das ist aber auch gleichzeitig so der Schutz für den Klettteller. Den, wenn ich jetzt abziehe, dann sieht man mal die ganze Fläche. Die Maschine war natürlich auch schon im Einsatz und damit kann ich dann eigentlich schon anfangen. Vom Papier jetzt hier, beim Mineralwerkstoff, bei einer dunklen Fläche, die Platte ist sehr, sehr gut vorgeschliffen. Deswegen, es ist eine Originalplatte, wir haben gerade eben nur die Schutzfolie angefangen. Es geht uns ja um Schleifen in erster Linie. Deswegen würde ich jetzt hier einfach mal mit einer 220er Körnung anfangen und dann arbeiten wir uns Steps eigentlich mal nach oben, um dann auch im Anschluss vielleicht mal zu zeigen, wie so eine schwarze Platte fertig geschliffen aussieht. Und wie ist das mit der Staubentwicklung? Die Staubentwicklung, die ist hier relativ gering, in Anführungszeichen. Wir werden gleich natürlich sehen, dadurch, dass wir hier diese achtfache Fläche haben, jetzt zum Schleifen, habe ich natürlich auch achtmal so viel Staub wie beim 150er Schleifpapier und ich habe aber den gleichen Staubsauger drin. Das heißt, auch hier ist es wirklich wichtig, dass ich einen geeigneten Staubsauger dabei habe. Also den kräftigsten aus der Werkstatt nehmen, damit ich möglichst wenig Staub auf der Fläche habe. Hier wird was drauf bleiben, sieht man gleich ganz gut, aber ich sage ungefähr 90 Prozent des Staubes nimmt die Maschine auf. Okay, alles klar. Ja, dann legen wir einfach mal los. Genau. Wir gucken jetzt nur, dass das Papier sauber liegt, dass es keine Knicke gibt. So und dann, dann geht es eigentlich schon los. Ich habe hier meinen An-Ausschalter und der sieht man schon, wenn man sie jetzt an macht, das war schon und schon läuft die Maschine. Das wäre ja rein theoretisch, aber auch mit dem kleinen Bruder möglich. Genau, das ist mit dem kleinen Bruder genauso gut. Wir haben jetzt uns überlegt, wir haben ja beide Schleifer da, die wollen wir zeigen. Deswegen haben wir jetzt hier mal den großen genommen. Natürlich mit dem kleinen Bruder, mit der kleinen Schwester wäre es natürlich durchaus auch machbar das Ganze. Perfekt. Bei Mineralwerkstoff jetzt hier, man hat es glaube ich gesehen, ich habe jetzt so kreiselnde Bewegungen gemacht. Also natürlich, es ist ein Exzenter, aber ich unterstütze diese Wirkung noch mit kreisenden Bewegungen. Das hat beim Mineralwerkstoff wirklich eine positive Auswirkung auf das Endergebnis. Also das sollte man unbedingt mit dabei machen. Und ich glaube, man hat es ganz gut gesehen, ich kann die wirklich mit einer Hand führen und kann mit der zweiten Hand meinen Schlauch, mein Kabel halten und kann das dementsprechend auch aufführen. Aber ein weiterer Vorteil gegenüber, sag ich mal, den herkömmlichen Exzenterschleifern ist ja auch die Fläche. Also hier hat man ja wesentlich größere Fläche und gerade bei LG HiMax ist es ja so, dass man sich ja auch nicht an die Ecken so herantraut. Genau. Also das ist gerade auch, deswegen war auch die Entscheidung beim Mineralwerkstoff, die zu empfehlen. Weil mit den 150er Schleifteilen, ist es natürlich unheimlich schwieriger. Wir haben hier die schlimmste Farbe rausgenommen, die es überhaupt gibt. Schwarz schleift man absolut nicht gerne. Ich glaube, jeder, der Mineralwerkstoff schon bearbeitet hat, der verflucht ist, weil eben immer gerade mit diesem 150er Schleifteller man relativ schnell Kringel reinbekommt, diese Schleifkringel. Das habe ich bei der Fläche nicht. Die läuft ruhig, ich verkante nicht, ich muss keinen Druck ausüben und so weiter. Und ich kann natürlich auch die Kanten sehr gut bearbeiten, weil ich die Maschine gut drüber setzen kann. Die kippt mir die runter, die hat ein Eigengewicht und setzt einfach gut drauf dann. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Gut, ich würde es noch einmal drüber gehen. Wie gesagt, schwarze Platten sind einfach intensiver vom Verarbeiten. Dann wechseln wir das Papier, gehen die nächste Stufe rauf und schleifen uns rauf, bis wir eigentlich beim fertigen Ergebnis sind. Wie gesagt, Mineralwerkstoff einfach wichtig kreisende Bewegungen durchführen, damit man danach eben diese Schleifkringel nicht hat und möglichst eine schöne homogene Fläche haben. Perfekt, dann legen wir einfach mal los. Was vielleicht auch noch zum sagen ist, beim Mineralwerkstoff, wenn ich die Maschine ausmache, vielleicht kurz vorher einmal anheben und dann ausschalten, weil zum Schluss ruckelt die ein bisschen, dass ich das eben vermeide. Ansonsten hat man, glaube ich, schön gesehen, dass auch nicht allzu viel Staub aufgewirbelt wird. Es wird gleich gleichmäßig abgesaugt. Also wunderbar. Dann wechseln wir jetzt das Papier. Genau, dafür legt man sie einfach auf die Seite, macht das Papier weg und dann nehmen wir die nächste Stufe bzw. wir machen jetzt noch einen Schliff, noch einen Zwischengang beim Mineralwerkstoff. Da geht es uns jetzt einfach noch einmal um den Staub runter zu bekommen. Also man hat ja gesehen, es bleibt ja doch noch einen gewissen Staub drauf und es gibt hier eben für die kleine, für die große Maschine, aber auch für den 150 Extender gibt es sogenannte Staubscheiben und mit denen nehme ich jetzt einfach noch einmal den restlichen Staub möglichst runter. Man sieht relativ gut den Unterschied. Ich habe natürlich immer noch einen Reststaub drauf, den nehme ich mit dem Tuch später noch einmal runter, bevor ich rüber gehen. Aber den meisten Staub, gerade bei großen Flächen und wir reden ja hier Schleifer für große Flächen, ist es wirklich eine Arbeitsbeleichterung mit dieser Maschine dann ordentlich Staub abzuziehen. Ja genau, also wir haben jetzt hier nur ein Musterbeispiel. Ich glaube, so eine Fläche würde sich gar nicht lohnen, aber wir reden jetzt auch von Küchenarbeitsplatten beispielsweise. Also auch selbst bei der Fläche würde es sich schon fast lohnen, weil ich deutlich schneller bin. Okay. Also das ist eben so der Hintergedanke. Genau. Wichtig auch hier beim Schleifen immer, ich muss eine satte Auflage haben. Das heißt, wir haben hier einen kompletten Tisch, der durchgängig ist, weil bei 20 Kilo oder 22 Kilo nicht, dass sich die Platte durchbiegt, dann habe ich natürlich nicht mehr eine gleichmäßige Schleiffläche. In Ordnung. So, wir haben jetzt hier nochmal das Schleifpapier gewechselt. Ich glaube, 320 haben wir jetzt da drauf als Zwischenschliff, aber du hast noch viele weitere. Genau, also wir haben jetzt, wir werden jetzt mit einem 320er Papier schleifen. Wir werden dann nochmal mit einem 400er Körnung schleifen und werden dann auf so ein sogenanntes Finishing-Papier wechseln. Das sind eben diese dunklen Matten, diese dunkelgrauen bis schwarzen Matten. Die haben noch einen dickeren Schaumträger drauf und hier werden wir 600er und sehr wahrscheinlich auch 1200er schleifen. Allerdings keine Angst, wir bleiben immer noch beim Seidenmatten-Bereich. Wir sind noch lange nicht beim Hochglanz-Bereich. Werden wir aber dann sehen. Ganz kurz, weil du vorhin auch nochmal in der Pause gefragt hattest zum Papier, warum das so viele Löcher hat. Das ist ein Multi-Loch-System. Dadurch ist es natürlich auch jetzt hier perfekt für die Staubabsaugung. Das gleiche System haben wir auf der kleinen Scheibe auch und damit kann ich es auch auf dem Bosch-Schleifer, Mirka-Schleifer, Festool-Schleifer und so weiter alle möglichen Schleifer eigentlich einsetzen. Das ist eben der Vorteil von diesem Multi-Loch-System. Also wir haben ein komplettes System an Schleifmitteln sozusagen, aber auch für andere vorhandene bei Exzenterschleifern. Genau, also wir können unser Schleifpapier für den großen Big-Boy eben einsetzen, aber auch, Sie können es bei uns beziehen für den normalen Rotec-Schleifer, welcher Marke auch immer. Perfekt. Alles klar, dann machen wir weiter. Man sieht auch, das geht jetzt deutlich schneller wie mit dem 150er, weil da fahre ich jetzt rauf, runter, links, rechts, diagonal, kreisende Bewegungen. Also ich glaube, selbst bei der Fläche bin ich jetzt schon um einiges schneller wie mit dem klassischen 150er Durchmesser. Ja, man merkt es auch im Handling. Also man muss sie eigentlich nur führen, kreisende Bewegungen machen. Genau. Sie liegt ja völlig plan auf selber. Also man muss einfach nur... Das ist das Schöne, also gerade bei großen Flächen, für was das Ding ja eigentlich da ist, es ist ermüdungsfrei. Ja. Also es geht nicht ins Kreuz rein, auch die Arbeitshöhe, ob der Tisch ist ein Stück zu hoch, ist zu niedrig, ist eigentlich zweitrangig, weil ich sie nur führen muss. Und dadurch habe ich halt wirklich kaum Kribbeln in der Haare, es geht nicht auf die Gelenke und ich kann wirklich ermüdungsfrei die Maschine über die Fläche laufen lassen, kann mal meine Hand wechseln und habe aber immer das gleiche Schleifergebnis. Also ich denke, wir haben schon ein sehr gutes Ergebnis eigentlich hinbekommen. Jetzt, wem der Glanz noch zu wenig ist, der noch ein bisschen mehr farbintensiver will, dann geht man eben noch mal mit dem 1200er drüber und dann ist es eigentlich im Prinzip eine fertig geschliffene Hi-Max-Overfläche. Ist auch eigentlich fast staubfrei, also man muss halt jetzt vielleicht noch mal abpusten. Genau. Oder nimmt man halt ein Vlies nochmal. Genau. Also das ist jetzt hier so ein Staubbindetuch, was wir eben auch haben im Prinzip und dann habe ich aber eigentlich eine fertig geschliffene Platte. Sämtliche Schleifmittel und aber auch die Maschine bekommt man über Klöpfer beziehungsweise über Klöpfer surfaces. Genau. Findet man auch übrigens im Online-Shop unter klöpfer.de. Alles fest hinterlegt. Oder wenn man auch noch weitere Sachen wissen will, einfach mit dem Oliver Kontakt aufnehmen. Blenden wir nachher ein, die Kontaktdaten. Genau. Also auch, wer die Maschine mal bei sich in der Werkstatt mal ausprobieren will. Also wir kommen gerne vorbei, zeigen die Maschine mal vor Ort, dass man auch mal sagt, okay, was will ich selber überhaupt schleifen. Der Handwerker, dass wir dann eben herrichtet. Er will mal ein Furnier schleifen, er will mal Massivholz schleifen, Lack schleifen. Dann kommen wir vorbei, haben die Maschine dabei, haben Schleifmittel mit dabei und können dann auch vor Ort wirklich mal, ja, den Schleifer nochmal vorführen und nochmal in kleinen Flächen eben einfach mal testen. Apropos klein, dann zeigen wir jetzt den kleinen Bruder mit der Treppenstufenplatte. Richtig, dann gehen wir auf Holz. So, wir haben jetzt hier eine Treppenstufenplatte vorbereitet. Einfach mal, ja, als Beispiel und natürlich auch den kleinen Big Boy, den kleinen Bruder von dem, wo man jetzt eben gerade gesehen hat. Was ist da der Unterschied, also bis auf die Größe? Genau. Die Größe natürlich in dem Fall, der ist halb so groß, also ungefähr die vierfache Schleifwirkung oder Schleiffläche von einem 150er Schleifer. Hier auch nur ganz einfach, wir haben hier hinten einen Ausschalter und das ganze war es wieder. 2800 Umdrehungen und nur einen Fünferhub. Bei der Großen hatten wir einen Siebenerhub. Das ist vielleicht auch nochmal, was man nochmal erwähnen muss, einfach was die Hubanzahl geht. Und auch wir hatten einen größeren Verteiler von der Absaugung. Genau, das sind nochmal die Details, genau, dass wir hier eben nur, klar, die halbe Fläche, nur ein Absaug haben und bei der Großen haben wir eben zweimal, da saugen halt die linke Hälfte und die rechte Hälfte separat ab, aber immer mit einem Staubsauger. Alles klar, okay. Genau. Hier jetzt eine Holzplatte, wo das natürlich perfekt mit geeignet ist, die Maschine. Kunden, wo wir schon vorgestellt haben, die sagen manchmal, okay, ich habe eine große Massivholzplatte, die ist 1,60 Meter breit, meine Breitband ist aber nur 130 oder 135 und dann ist das zum Beispiel eine Alternative für eine Breitband auch. Entweder der kleinere oder gar sogar der größere. Also somit kann man überlegen, wo man Maschinen, die man nicht hat oder die an der falschen Position in der Fertigung stehen, eben hier nochmal auszugleichen mit dem Extenterschleifer. Alles klar. Und wenn ich jetzt bei der Massivholzplatte doch ein paar Unebenheiten drin habe, was kann man dann da vielleicht noch machen? Also wenn ich natürlich diese Unebenheiten drin haben will zum Beispiel, gibt es hier sogenannte Interface Scheiben oder so Adapter, die sind jetzt hier 5 mm stark, gibt es aber auch in 15 mm und die mache ich einfach zwischen Klettteller und Schleifpapier und somit habe ich nicht diesen harten Teller, wie wir jetzt auch beim Mineralwerkstoff hatten und können ebenso über diese Unebenheiten drüber schleifen, ohne dass wir die komplett legitimatieren. In Ordnung, alles klar. Dann haben wir jetzt hier vorbereitet schon 100... Genau, wir haben jetzt aktuell ist die noch so, wie die Maschine geliefert werden würde. Das ist eben wieder unser Staubpad hinten drauf, ganz normal. Und wir fangen jetzt hier einfach mal mit dem 180er Papier drauf an. Also hier muss jeder Handwerker für sich einfach entscheiden, welches Papier braucht er, welche Struktur muss er schleifen. Aber wie gesagt, wir haben uns jetzt hier für das 180er entschieden und gehen jetzt einfach mal mit über die Fläche drüber. Natürlich nicht nur Treppenstufenplatten, sondern auch Tischlerplatten, furnierte Platten etc. ist es natürlich auch machbar. Also man muss wirklich überlegen, wo habe ich den Vorteil, wo bin ich schneller, wo schleife ich bisher vielleicht mit dem 150er Extender und habe jetzt einfach einen Vorteil über die Fläche. Wir haben vorhin gehört, es gibt sogar Kunden, die mit Türen... Genau, also die einfach Türen. Ich habe jetzt einen Kunden, der muss Türen sanieren, renovieren, wie auch immer. Mehrere. Und der sagt halt, es sind natürlich keine Türen mit Rahmen, es sind glatte Türen. Aber sagt er perfekt, da ist er natürlich deutlich schneller mit dem Runterschleifen, Abschleifen, wie mit dem handelsüblichen Dommer. Alles klar, dann legen wir einfach mal los. Genau. Aber man sieht jetzt hier schon auch dadurch, dass es halt ein flacher Teller ist und der auch relativ groß aussieht, eigentlich schon ein schönes Ergebnis. Also ich glaube, wenn man drüber fasst, man spürt einen deutlichen Unterschied. Das ist also wirklich deutlich feiner und glatter wie die Rohplatte in dem Fall. Also und es geht zügig. Also das muss man unterscheiden. Das kriegt man aber mit dem Feeling dann raus. Muss ich zweimal drüber, muss ich dreimal drüber, muss ich viermal drüber oder reicht gar einmal. Das muss jeder für sich dann selber entscheiden. Klar, man sieht es hier ganz gut an dem Staub. Wir haben natürlich einen Abtrag. Fünfer Hub, vollkommen ausreichend. Den hat man aber überall. Genau. Aber die ist natürlich auch für andere Platten noch geeignet, die Maschine. Jetzt unter anderem jetzt hier eine Furnierte. Was gibt es denn da noch zu beachten? Ja, also wir haben jetzt hier mal eine klassische Furnierte Platte genommen. Hier haben wir halt auch schon die Erfahrung gemacht, ich muss überlegen, mit welchem Papier gehe ich drauf. Also lieber eine Stufe zu fein wie zu grob, weil wir haben natürlich einen Fünfer Hub. Das heißt, die holt schon was runter vom Material. Nicht zu lange auf einer Stelle bleiben, ist aber auch die alltägliche Praxis, dass ich eben das Furnieren nicht durchschleife. Alles klar. Aber ansonsten durchaus mit der Maschine machbar, genauso mit der kleinen wie auch mit der großen dann. Genau, perfekt. Dann zeigen wir das Ganze noch kurz. Auch ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Aber man merkt auch die Power, die dahinter steckt. Die Platte, die will natürlich weg. Klar, so kleine Flächen ist logisch. Da will die Platte natürlich auf Reise gehen. Das Teil wiegt natürlich einiges und hat natürlich auch einiges an Power. Super. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Vielen Dank, Oliver, dass du uns das gezeigt hast. Einmal der Big Boy Junior und einmal der große Big Boy. Sollten Sie sich interessieren für so eine Maschine, dann fragen Sie doch am besten Ihren Ansprechpartner vor Ort. Wir können natürlich auch den Oliver Grimert mit ins Boot holen. Sie finden aber auch die Maschinen direkt auf klöpfer.de im Online-Shop. Auch da gibt es auch noch weiterführende Informationen dazu. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie sich interessieren, kommen Sie gerne auf uns zu. Bis bald, bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.